Folge mir nach! Das waren damals Jesus' Worte an seine ersten Jünger und es sind seine Worte heute an dich und an mich. Was das konkret bedeutet, wollen wir auf dem 19. Juni in der neuen Follow-Serie entdecken und mit sechs Predigten, einem Bibelleseplan und extra Kleingruppen für diese Zeit in leidenschaftliche Nachfolge eintauchen. Also sei dabei, wenn wir Themen wie Jüngerschaft, Beziehungspflege mit Gott und Führung des Heiligen Geistes miteinander bewegen. Wir wollen dich herzlich einladen, in dieser Zeit ganz persönlich und zusammen als Gemeinde neue Schritte mit Jesus zu gehen. Alle weiteren Infos findest du auf der DOXA.deo Homepage. Bis dahin, be blessed and peace out!